News von der Deutschen Meisterschaft in München-Hofbrück. Am 2. September starten die Wettbewerbe KK 3x20 mit Arwen Petter und Luftgewehr 3 Stellung mit Bruder Joshua Petter an. Beide starten für die Airways Franken. Seit einem Jahr ist Arwen mit dem Kleinkaliber vertraut und so kann sie mit einem 48. Platz sehr zufrieden sein. Die geschossenen 543 Ringe sind eine neue persönliche Bestleistung. Die positive Überraschung des Tages zeigte Joshua Petter mit dem Luftgewehr. Um 3 Ringe verpasste der Fünzberger das Treppchen mit in Summe 577 Zählern in der Wertung 3x20 Luftgewehr 3 Stellung. Dennoch ist der 5. Platz ein hervorragender Erfolg. Als nächstes stehen für Arwen die Wettkämpfe mit dem Luftgewehr an, das heißt 3 Stellung und die Stehenwertung. Die Fünzberger Schützen drücken die Daumen für ihre beiden Vertreter auf der Deutschen Meisterschaft in München hochdrücken. 2 1 1 1 3 1 2 Untertitelung des ZDF, 2020